Ich denke, dass das morgen ganz genau so weitergeht und aus der Erfahrung heraus, dass wir letztes Jahr ähnliche Resonanz hatten, gehe ich fest davon aus, dass wir morgen Abend hier stehen und sagen, Mensch, das war wieder eine geile Messe. Dass sie sehr regional ist und trotzdem auch Leute von außerhalb kommen, die wir neu kennenlernen und dass es vor Weihnachten ist und man die Leute quasi zum Ende des Jahres nochmal einmal hier begrüßen kann. Sehr erfolgreich, also unwahrscheinlich viele Leute da, der Strand ist immer brechenvoll. Man muss wirklich, man findet keine Zeit, zwischendurch mal was zu essen zu holen. Geil, also auch eine gute Stimmung. Ich bin zum ersten Mal hier mit einer ausstellenden Firma, sonst schon mal als Besucher da gewesen. Ist natürlich nah, die Nähe zur Landwirtschaft mitten in der Grünlandregion. Die Messe-Tage waren sehr, sehr gut besucht. Die Leute waren sehr interessiert. Man merkt auch in der Landwirtschaft, dass es bergauf geht. Das spüren wir auch als Hersteller, stehen auch dahinter und hoffen, dass es weiter bergauf geht. Auch die Kundengespräche sind so gut, dass wir sagen können, die Firma auch wieder. Die sind ja auch schon seit Anfang an, hier. Und das hat sich Jahr für Jahr verbessert. Eigentlich ist es immer der dritte Tag, der beste Besuchstetag, kann ich so sagen. Wir hoffen, morgen sind noch mehr Leute da und wir freuen uns.